Servus Freunde und willkommen zu einem neuen Video. Endlich nach einem Monat mal wieder ein neues Video, denn es wird wieder Zeit ein bisschen zu reisen. Der Vlog beginnt jetzt einmal in Wien. Ich will euch nämlich noch was zeigen. Ich habe nämlich den Führerschein geschafft und will mein erstes Auto auch in einen Vlog packen, damit ich es einfach als Erinnerung habe für die Jahre danach und mir das anschauen kann, weil das echt ein geiles erstes Auto ist. Und der Vlog geht dann weiter mit der Reise nach Salzburg, denn der erste Stopp ist Salzburg, dann Hamburg und dann geht es noch nach Portugal. Also viel Spaß mal mit dem Vlog. Jetzt zeige ich euch erst einmal in der Tiefgarage mein Auto und dann geht es weiter nach Salzburg. So Leute, es ist schon eine krasse Umstellung. Einfach statt im Erdgeschoss jetzt ganz nach unten zu gehen bis in den zweiten Keller. Und einfach zum Auto zu gehen statt zum Opel. Aber es ist besser im Winter und jetzt fallen, wenn es regnet auch, wie heute. Ich stehe jetzt immer hier ganz am Ende in der zweiten Garage. Also nicht ganz am Ende, aber wenn man rechts abbiegt. Und jetzt zeige ich euch mal das Auto. Ja, es ist ein 2er BMW geworden. Automatik, Cabrio und einfach komplett geil. So schaut es von innen immer für mich aus beim Fahren. Jetzt hören wir uns mal den Motor an. Ich hoffe, man hört es gut. So, ich hoffe, die Aufnahmen vom Auto haben euch gefallen. Und jetzt geht es nach Salzburg, wo wir drei Sachen unbedingt machen. Bosna Autogesser, Rapid-Auswärts-Match und wir gehen in den Hangar 7 Uhr, wo es so Ferrari Autos gibt. Und äh, Formel 1 Autos, wahrscheinlich Ferrari Bergpul. Und jetzt mal viel Spaß noch mit den Einflicken zur Reise von Salzburg. Dann das andere packe ich wohl in den nächsten Vlog. Bis zum nächsten Mal. Angekommen in Salzburg. Es regnet das ganze Wochenende bis Montag. Weil Montag geht es ja weiter nach Hamburg. Und heute holen wir uns noch einen Bosner Hotdog. Jetzt schauen wir uns mal das Hotel an. So, und das ist jetzt das Zimmer. Klein aber fein. So, das ist noch das Badezimmer. Ganz klein. Und jetzt ab zum Hotdog. Der hat nur noch eine Stunde offen. So, wir haben jetzt den besten Hotdog der Welt. Was ist das? Ganz easy. Das ist einfach nur so Bosner Würstchen mit Gewürz, Ketchup und richtig geiles Brot. Mein Hotdog ist jetzt schon weg. Aber jetzt wird sich ein zweiter gekauft. Weil es einfach der beste ist. Und da ist der zweite. Ganz wichtig. Wow. 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 so das war jetzt der erste tag von salzburg hot dog gegessen auf die burg hochgefahren super aussicht morgen geht es dann weiter mit hangar 7 und das rapid match aber da werde ich wieder nicht filmen und dann geht es am montag weiter nach hamburg ich hoffe der vlog hat euch gefallen abonnieren liken kommentieren nicht vergessen und dann sehen wir uns beim nächsten mal ciao